Mein Vater hatte eine große Landwirtschaft geerbt. Es war der größte Hof in unserem Dorf. Und wir hatten auch mehrere Angestellte, unter anderem auch Kindermädchen. Und im Sommer half meine Mutter natürlich dann auch mit bei der Ernte. Und da kamen dann die Kindermädchen zum Einsatz. Und ansonsten bin ich da relativ glücklich und zufrieden aufgewachsen. Mir hat da nichts gefehlt. Und diese Zeit bis 1945 war eigentlich so, wie ich das von Erzählungen kenne und wie ich mich auch erinnere, eine ideale Kindheit. Wie ging es denn nach 1945 dann für Sie weiter? Im Februar 1945 wollten mein Vater und auch andere Dorfbewohner, die Frauen und Kinder, mit einem Zug, mit der Eisenbahn in Richtung Westen schicken. Da war irgendetwas organisiert. Wo das hingehen sollte, weiß ich auch nicht genau. Aber der Zug kam nicht mehr an. Wir warteten auf dem Bahnhof. Ich erinnere mich da noch so ein bisschen, dass da auch viel Schnee lag. Und der Zug kam eben nicht, weil die Lokomotive, wie es dann später hieß, von Flugzeugenbomben getroffen worden war und eben nicht mehr fahren konnte. Das Gleis war auch nicht mehr benutzbar und so mussten wir also dort bleiben. Bis dann letztendlich im März, Anfang März vermute ich mal, wird das gewesen sein, ein sich auf dem Rückzug befindliche Einheit der Wehrmacht durch unser Dorf kam, in unserem Dorf Rast machte und sagte, dass doch die Dorfbewohner, die die Möglichkeit hatten und wollten, eben mit einem Pferdewagen sich dieser Einheit anschließen konnten und eben dann über die Oder pflichten wollten. Denn diese Wehrmachtseinheit hatte vermutet und hatte Erkenntnis davon, dass die Russen da an dieser Stelle einen Kessel bilden wollten und an den Seiten schon vorbeiziehen wollten in Richtung Oder. Und sie hofften, dass sie eben vor den Russen an der Oder sind, die Brücke noch nicht gesprengt sei und dann eben über die Oder konnten. Und das stellte sich dann eben als großer Irrtum heraus. Wir kamen kurz vor der Oder mit dieser Einheit in ein fürchterliches Feuergefecht. Flugzeuge, von Flugzeugen wurden wir beschossen und wir hörten draußen immer die Rufe, Panzerfäuste nach vorn und die Frauen, junge Frauen, die auf den Fahrzeugen saßen und auch junge Männer, aber die gab es ja kaum, die waren ja alle letztendlich bei der Wehrmacht eingezogen. Junge Frauen wurden aufgefordert, abzusteigen und eben Panzerfäuste und andere Munition zu der Frontlinie zu transportieren. Daran erinnere ich mich noch und irgendwann hörte dann das Schießen auf. Und mein Vater saß vorne auf dem Kutschbock natürlich und wir saßen hinten auf dem Wagen. In der Zwischenzeit war meine Oma, meine Großmutter, die auch auf unserem Wagen saß, durch ein Geschoss verletzt. Wir waren also mit einem Holzwagen oben drüber, so eine Plane, wie man das aus dem Wilden Westen kennt, unterwegs. Und da war ein Geschoss durch die Holzwand geschlagen und wir saßen da, es war März, also kalt, in Betten eingehüllt. Das Geschoss ging also, streifte einen Fuß meiner Oma und in dem zweiten Fuß blieb dann das Geschoss stecken, riss Federn mit und so weiter. Und meine Oma war also verwundet und wir mussten absteigen dann, als wir in einem Ort waren, das war, glaube ich, das Städtchen Krossen an der Oder. Wir mussten absteigen. Ein Russe setzte sich auf den Kutschbock, knallte mit der Peitsche und fuhr ab. Und alles, was auf dem Wagen war, war eben verloren und wir sahen das nie wieder. Da waren natürlich alle unsere Wertgegenstände, da waren alle unsere Fotos, alle wichtigen Dokumente, alle wichtigen Erinnerungsstücke und das war alles weg. Wir kamen dann eben in ein Haus, wo wir alle untergebracht waren, auch mein Großvater, aber auch mein Vater. Mein Vater war nicht bei der Wehrmacht, weil er Probleme mit den Augen hatte. Und er blieb also bei uns im Dorf, bis er eben da gefangen genommen wurde. Und nach zwei oder drei Tagen mussten die Männer alle raustreten und wurden mitgenommen. Und wie wir später hörten und als mein Großvater wieder zurückkam, wurden sie getrennt in Männer, die eben jünger oder älter als 40 oder 50 Jahre waren. Die Grenze war wohl 50 Jahre und mein Vater war zwar noch nicht 50, aber er hätte ja auch sagen können, er sei 50, er war noch nicht so sehr viel jünger. Auf jeden Fall sind die getrennt worden. Die Jüngeren sind in ein Internierungslager gebracht worden. Und in dem Internierungslager ist, wie wir dann von Bekannten, die also dann später entlassen worden waren, nach drei Wochen gestorben, wegen der schlechten hygienischen Zustände. Und wegen der schlechten Ernährung hatte er dann Typhus bekommen und ist daran gestorben.